Das wird ganz schwer und jetzt hat der gute Augustine Rubin auch noch seinen zweiten Wert geschafft. Die Antwort per Dreier von Darius Miller geht Miller für drei für die Führung. Er macht es, er trifft es. Bandler zu Passi. Da sah es danach aus, als ob Ratio Famull mit einem Vorsprung ins zweite Viertel gehen würde. Und dann kam Darius Miller. Miller, sein dritter Dreier. Darius Miller sieht jetzt so aus, als ob er hier mit fortlaufender Spielzeit Business as usual bekommen in Bamberg. Miller für drei. Yo, yo, yo. Bamberg zeigt seine individuelle, seine mannschaftliche Klasse. Ein Spieler bei Ulm, der immer stärker wurde in der zweiten Saisonhälfte. Und Darius Miller, ich hab schon gesagt, in der Hauptrunde ganz schwer für die Ulmer zu handeln. Das gleiche heute. Miller, Dreier Nummer sieben. Ist schon Wahnsinn. Hat sich hier als absoluter Qualitätsspieler in der BKBWL präsentiert. So, und Herr Miller, ihr habt besonders viel Spaß. Es war unglaublich. Du warst auf Feuer. Ich hatte viele gute Begriffe. Ich denke, eine unserer Strecke ist, dass wir den Ball sehr gut sharen, die Spieler öffnen. Und meine Team-Mate haben einen tollen Job gemacht, und ich habe sie einfach geschlagen. Und mein Video lesb. Ja, ich bin ein Bild, um den Baum zu lassen. Ich bin ein Bild und dreige Geistesprogramm gegeben. Ich bin ein Strecke. Ich bin ein Bild. Ich bin ein Bild im Bild mit meinem Bild devices haben. Jedyn, ein Bild. Ich bin ein Bild mit dem Bild.